Hallo, also die Regeln des Wettbewerbs sind wie folgt. Jeder darf erstmal grundsätzlich daran teilnehmen. Keine Beschränkungen und ihr müsst auch nicht unbedingt ein eigenes Schwert haben oder Gammeson haben. Ihr könnt gerne irgendeinen Stab nehmen oder auch einfach in normaler Kleidung den Drill machen. Versucht einfach zu machen, so gut es geht. Es geht um Solodrills, das heißt eine Kombination von Angriffen, Verteidigung und Fußarbeit dabei. Versucht dabei nicht zu oft das gleiche Muster zu wiederholen und peilt ungefähr eine Gesamtlänge von 30 Sekunden an. Nehmt euch bitte von vorne auf, idealerweise im Querformat, zu Not aber auch im Hochformat, damit wir euch wirklich komplett Kopf bis Fuß sehen können und man all eure Aktionen klar sieht. Gut, es gibt drei Hauptgewinne, die verlost werden. Jeder kann gewinnen, jeder wird auch etwas gewinnen. Also es gibt auch auf jeden Fall einen kleinen Trostpreis für alle Teilnehmer. Das heißt, es lohnt sich, macht mit. Ich wünsche euch viel Spaß, denkt euch eure eigenen Syrhodrills aus oder macht einen historischen. Ihr könnt gerne einen von denen nehmen, die ich euch schon vorgemacht habe. Habt einfach ein bisschen Spaß dabei und bewegt euch viel Erfolg.